Alle sauber vorbei. Alle saubern. Schwerbecken Du schießt aber zu spät. Ach, da ist doch einer! Und wieder tot. Der trifft ja auch nicht. Normalerweise kann der, wenn der schießt, muss sofort oben die Komplikation abgezogen werden. Zack! ... ... ... ... ... ... Ich hab's nicht mehr raus. Ich hab's nicht mehr raus. Ich hab's nicht mehr raus. Ja, ich hab's nicht mehr raus. Also, die kleben gleich zum Schiff. Wahrscheinlich nur so, da wir die Feder sammeln. Wenn das Loch ist, dann haben wir Probleme beim Erkennen. Ansonsten würde ich dann einfach heute Abend mit einem Schiff. Oh, ja, gut. Der. Der. Alter. Alter Vater, ey. Ach du Scha... Kann ich auf alles? Alles außer diese Augen im Baum, die gehen nicht. Ansonsten alles. Ich geh kaputt, ey. Das ist ein Röderanschluss. Der. Der. AR-Pistole Ich schieß von der zweiten Reihe, Pobi, erschreck dich! Alles klar! Passt schon! Hast du der Gehörschutz drauf? Wie ist die Schuhe? Ich schuhe die Schuhe! Das ist ein Feuerkuss. Das ist ja nicht. Auf den Sitzern. Den, er hatte gerade 19.12. Wenn ich so ein Ding im Keller hätte, würde ich da gar nicht mehr... ... und den Prolauf im Grunde haben wir zweimal geschehen. Ja, das macht das ja jeden Tag, da ist ja immer nicht zugeklagend. Aber das macht Bock.